Was sind die verschiedenen Arten von Hormonkrebs? Jeder Krebs, der das Endokrinesystem im Körper beeinflusst, wird als Endokrinerkrebs bezeichnet. Das Endokrinesystem enthält alle Drüsen ohne Kanäle, die Hormone absondern, wie Schilddrüse, Hypophyse, Pankreas und Nebennieren. Das Ergebnis von Endokrinemkrebs ist in der Regel eine übermäßige Ausschüttung der Hormone, die Auswirkungen auf den gesamten Körper haben können. Ein abnormales Tumorwachstum in der Nähe einer der Endokrinendrüsen kann auf Endokrinenkrebs zurückzuführen sein. Der Tumor kann entweder gutartig oder bösartig sein. Ein gutartiger Tumor kann operativ entfernt werden und hat nur geringe Auswirkungen auf das Wohlbefinden einer Person. Ein bösartiger Tumor dagegen ist krebsartig und invasiv. Es befällt und schädigt gesundes Gewebe im Körper und kann sich schnell verbreiten, wenn es nicht behandelt wird. Die Gewebe des Endokrinensystems haben komplexe Funktionen. Sie scheiden verschiedene Hormonspiegel aus, die wiederum auf unterschiedliche Weise im gesamten Körper wirken. Diese Hormone können den Stoffwechsel regulieren, chemische Reaktionen in den Zellen auslösen und sogar die Fähigkeit einiger Substanzen beeinflussen, durch die Zellwände zu wandern. Endokriner Krebs bewirkt, dass diese Gewebe abnormale Hormonspiegel ausscheiden. In gut funktionierenden Drüsen können sie durch einen eingebauten Mechanismus mehr Hormone absondern, wenn der Spiegel zu niedrig ist, und die Produktion von Hormonen stoppen, wenn der Spiegel zu hoch ist. Wenn Endokriner Krebs diese Drüsen beeinflusst, regulieren sie die Sekretion nicht mehr normal. Beispiele für Endokrinenkrebs sind Bauchspeicheldrüsenkrebs und Krebserkrankungen der Hypophyse, der Nebennieren, der Schilddrüse und der Nebenschilddrüsen. Bauchspeicheldrüsenkrebs kann entweder exokrine oder endokrine Krebsarten einschließen, aber die überwiegende Mehrheit ist exokriner. Tumore der Nebenniere zielen auf einen der beiden Hauptteile der Nebenniere, die Nebennierenrinde oder die Nebennierenmark, und bei fast allen Nebennierenkrebs handelt es sich um das Adenom, einen gutartigen, nicht funktionierenden Tumor der Nebennierenrinde. Die große Mehrheit der Schilddrüsen-Tumoren, auch Schilddrüsenknoten genannt, sind gutartig, und Schilddrüsen-Tumoren sind meist entweder papillär oder follikulär. Die meisten Arten von endokrinen Tumoren, einschließlich Hypophyse und Nebenschilddrüse, können behandelt und geheilt werden, wenn sie früh genug erkannt werden. Viele wachsen jedoch ohne Symptome und sind daher schwer zu erkennen. Die Behandlung endokriner Tumoren variiert je nach Art des Tumors, ob gutartig oder bösartig, und dem Verhalten des Tumors. Ein gutartiger Tumor kann durch eine Operation ohne oder mit geringen Nebenwirkungen für die behandelte Person entfernt werden. Maligne Tumore können jedoch aggressiv sein, Hormone überproduzieren und sich schnell auf andere Teile des Körpers ausbreiten. Maligne Tumoren können mit Strahlentherapie und oder Chemotherapie behandelt werden. Es gibt auch Medikamente, mit denen die Hormonsekretion gesteuert und die Nebenwirkungen des Tumors gemindert werden können.